Knochen so hellgrauer Farbstoff mal jetzt mal dann sieht es nämlich passiert es besser den Stein an der Teppich Scheiß zurück Knochen so aber es wird wieder abfallprodukte so ich muss ihn glauben ja Prozent ich muss mal wieder was essen so Redstone gefunden okay so ich muss mir sowieso immer den Weg ein bisschen besser markieren muss lang geht Prozent 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 das ist sowieso kann man weg Prozent 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 die Biele kommen und schon nicht mehr Prozent 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 wieso hier das hochhüpfen darf auf scheiß scrabble scheiß jetzt komme ich hier gar nicht raus naja das Eisen geht ja wieder weggekloppt so um sieben dreißig wird stunden aus vier oder fünf Blöcken die Knochen aus acht Blöcken glaube ich so so kann man ja eigentlich noch ein paar mehr hinlegen hier wollte ich eigentlich nur Dings zu machen so dann könnte ich sie schon mal testen aber hier noch Fackeln hin auf jeden Fall hätte ich das gewusst hätte ich den Knopf noch einen Tick runtergenommen so jetzt habe ich das natürlich zugebaut hier m m hier hier ach so hier ist unser Eingang stimmt ich habe die ganze Zeit oder bei zwischen noch so ich wollte Fackeln rausnehmen hier damit man was bunt so und da oben aber noch ein schönheitsfehler muss noch kommt es doch hin auch neuer gut sind wir dann eh nicht so was mit die Fackeln jetzt kommen sie schon und hier müssen wir dann auch die Fackeln wegmachen weil sonst Prozent können die nichts wollen ja der ist gleich gestorben ein paar scheiße es ist halt gesagt ich springe davon alleine hoch um das sollte man vielleicht dahinter noch ein Block ich weiß gar nicht ja das ist es funktioniert sogar nicht schlössend neuerkuchen dann macht das eine wasser wieder weg muss halt so versuchen zu sehen die rote sie werden Txt schon Bektroniker all ja noch müssen wir auch mal wieder weg sind so es hat uns zufrieden Prozent wir machen oben noch eine Reihe oder um ich eigentlich schon noch genug ja ich hab noch zu stück nirgendwo dann halt ausbauen nirgendwo jetzt kommen und der eine ist irgendwie schon verreckt und vertreten Prozent 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 nirgendwo das hat mich schon gedacht so kann man sich erst mal in einem Notfesten Prozent 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 da ist einer hier ich hab zugemacht jetzt kommen muss das mal Wasser irgendwo hinsetzen ich hab die Lava schon was so das passt ich hab grad mal ein paar Fackeln angebracht hier um hier kann man den Steintreppen machen neuen sie brechen aus auch wirklich jetzt geht zurück ich muss jetzt mit dem Gittertot schlagen nein Hilfe kein Schwer dabei aber ich hab was noch das Gitter gehabt und das Vieh war hier vorne direkt ist doch um ach ja das sieht von das ist ein Tanks Video Ach, hm. Ja, hast du jetzt auch wieder, hoch, eine Woche keine Videos mehr gemacht? Ich? Ja. Ja, ich habe immer noch eins in Bearbeitung. Hm. Und, ähm, du hast doch damals gefragt, ob du nochmal bei Menschenhospital einen zweiten Teil machen willst. Ach so. Bei Bedarf in die Kommentare. Scheiß. Äh, doch, ich hab die Punkte bekommen. Ja. Hm, der ist verbrannt, ich hab die Punkte bekommen, wenn man die einmal hättet und die innerhalb von fünf Sekunden sterben, dann kriegt man noch die Punkte. Jo, dann klappt das eigentlich ganz gut, hier pass mal auf. Ja, ja. Ich meine, du bist. Ja, ich komm noch. Ja, so. Ich muss hier durchschlagen. Hm. Hm. Na, genau. Und das verrottete Fleisch will eh keiner. Hm. Na, da geht das doch super. Hm. Ja, wäre nämlich jetzt blöd gewesen, wenn wir es die ganze Zeit verschwendet hätten, dass es nicht gegangen wäre. Ja. Ja. Jo, das klappt eh. Ist geil. Dann könnte mal hier einer stehen bleiben. Hm. Und, äh, das wird dann irgendwie mal... Wir müssen sowieso mal hier oben erst mal die Fackeln entfernen, dass das hier mal dunkel wird. Hey, das geht übelst geil. Und dann machen wir hier vielleicht Slaps hin, damit nix spawnt. Keine Creeport oder so. Und da, ach, da ist noch eine Fackel am Spawner dran. Ach, ich wusste es doch. Ah, jetzt kommt natürlich gleich alle. Ach, Mann. So geht's. Ja, bin nur raus. Ach so, die schon mir eh weg, ne? Hm. Und oft Wohnungsgruppen. Ich feiere die, weil die... Ja, warum? Weil die so aus dem Vita Deus. Hm. Mit dem alten Grong's Tech-to-Pack. Ja, genau, zum Beispiel. Das war geil. Müsste ich immer einfügen, eigentlich. Ja, aber ich hab geguckt, für 1-7 gibt es nicht. Ja, aber dann hol ich mal einfach auf der 1-9 oder so Beta-1-9. War das damals. Hol ich mal die Dateien hier rein in das Fax. Das ging auch. So, okay, so. So, macht das. Hm. Ja. 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 Vielen Dank.